Hallo, willkommen bei American Baker in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir eine Tee-Party-Torte. Sehr weiblich, sehr schön, sehr delikat und ich freue mich drauf. Legen wir los. Ich fange an, die Torte zu stapeln. Das ist Funfetti-Kuchen und Vanilla-amerikanische Buttercreme. Ich streiche die Torte. Und streiche sie nochmal. Und mache das Kuchenbrett sauber. Dann röte ich helllila vorne aus. Und legte es auf die Torte. Aber anstatt das lila vorne zu glätten, möchte ich, dass es so aussieht wie eine Tischdecke. Also möchte ich die Falten und Linien der Tischdecke behalten. Ich schneide es bis zum Kuchenbrett. Später machte ich die Kanten der Tischdecke ein bisschen sauberer. Dann röte ich weißes Fondant aus. Und schnitt es in einem Viereck. Und benutzte ein paar Fondant-Texturpressen, um es so aussehen zu lassen wie Blumen. Dann pinselte ich essbaren Kleber und legte die weiße Tischdecke auf der Lidene. Dann wechselte ich zur Blütenpasta und fange an, der T-Set zu modellieren. Ich versuche ein paar Dinge und dann entschied ich mich, dass ich ein Referenzfoto brauche. Also schaue ich ein Foto von einer Teekanne an und modelliere ich zuerst einen Bei. Dann rollte ich Blütenpaste aus und schnitt ein paar Kreise aus mit einer Spitztülle. Insgesamt sechs. Die erste klebte ich unten an der Teekanne. Dann röte ich eine Schnur aus Blütenpasta und schnitt ein paar Längen. Und eins wurde der Ausgießer und der andere der Griff. Dann noch ein Kreis wurde die Deckel und ein kleines Stück Blütenpaste wurde der Griff der Deckel. Und das ist die Teekanne. Dann presste ich die anderen Kreise ein bisschen flacher und rollte vier gleichgröße Bällen. Dann benutzte ich das Ende einer Pinsel, um die Bälle in Tassenform zu machen. Ich klebte sie mit essbaren Kleber. Ich rollte eine kleine Schnur Blütenpasta aus und formte sie in kleinen Griffen für die Teetassen. Das war aber ein bisschen schwierig, sie daran zu kleben. Dann deckte ich meinen Tisch mit der Teekanne in der Mitte und die Tassen um den Tisch herum. Ich machte auch zwei, vier Ecken aus Blütenpasta mit den Ecken hoch, um Teller zu sein. Dann rollte ich kleine Bälle rotes Fonon in leichten Spitzen. Ich knippte kleine Stücke grünes Fonon und klebte sie auf den gespitzten Bällen, um so aussehen wie kleine Erdbeeren. Und ich platzierte sie auf einen von den Tellern. Ich holte ein kleines Stück dunkelrotes Fonon aus und presste einen kleinen Ball in den Tassen, um so auszusehen wie Tee. Um den anderen Teller zu füllen, röte ich Beiges Fonon aus und schnitte es in einen kleinen Rechtecken, um so auszusehen wie Kekse. Aber ich fand, das Geschirr selber brauchte ein bisschen mehr Details. Also mischte ich goldene Pulverfarbe mit klarem Alkohol, um eine essbare Farbe zu sein und malte die Kanten der Teekanne und alle Teetassen und Untertassen. Das muss eine meiner Lieblingstorten jetzt sein. Wie delikat die Teekanne und die Teetassen sowie die Erdbeeren und die Kekse machen mein Herz glücklich. Das ist der Traum jedes Mädchen, das gerne Teepartys hat. Ich liebe die Details und die machen es sehr schön. Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei AmericanBaconGermany.de Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für ein neues Tortenvideo jede Woche. Aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Wir müssen ja, wenn wir es auf Facebook und vielleicht festhalten. Wir müssen ja, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben, wie wir heel viel. Wir müssen ja, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben, wie wir ein neues Video hochgeladen haben. Wir müssen ja, wenn wir uns nicht zusammenhalten, sind die ganze Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020